Im Tutorial wollen wir diesmal ein Logo fürs Web erstellen, kann natürlich auch für den Print verwendet werden. Wir starten dazu mal GIMP und füllen die Hintergrundfarbe mit der Farbe 414141. Den gehen wir auf Bearbeiten mit Vordergrundfarbe Füllen. Dann nehmen wir das Textwerkzeug, stellen als Farbe Weiß ein, klicken auf die Ebene und schreiben dort zwei Texte hin. Einmal GIMP Uses und ein zweites Mal in einem Grauton Design. Dann nehmen wir das Bewegen Werkzeug und schieben die zwei Texte ein wenig zusammen. Im Endeffekt sollen sie ein wenig versetzt sein. Jetzt nehmen wir das Pfadewerkzeug, klicken hier an diesen Punkten einfach hintereinander, halten STRG gedrückt, dann können wir den letzten mit dem ersten Punkt wieder verbinden. Jetzt ziehen wir diese untere Linie ein wenig nach unten und mit diesen gestrichelten Linien können wir den Pfad jetzt nach unseren Wünschen anpassen. Und wichtig ist, diese gestrichelte Linie bildet mit der darüberliegenden Linie eine Gerade. Wenn das der Fall ist, dann wird der Übergang von dieser Kurve sehr weich und nicht eckig oder spitz. So wie ich es hier gerade angepasst habe noch einmal. Wir können natürlich die einzelnen Punkte auch immer noch verschieben. Und im Endeffekt wollen wir halt um diesen Text eine schöne Schwingung herumlegen, was das ganze Logo ein bisschen aufwertet. Beziehungsweise wodurch es erst zu einem echten Logo wird. So, jetzt nehmen wir als Vordergrundfarbe ein dunkles Blau. Als Hintergrundfarbe ein sehr helles, hellblau. Gehen auf Umkehren beim Farbverlaufwerkzeug und nehmen Form angepasst als Form an. Dann ziehen wir das ganze über das Bild. Gehen auf Auswahl nichts. Und schon haben wir das ganze ein wenig mit Farbe gefüllt. Dann gehen wir auf Farben, Helligkeit und Kontrast und stellen hier plus 40 und plus 30 ein. Und jetzt machen wir nur noch einen kleinen Schatten. Dazu gehen wir rechts im Ebenendialog auf Auswahl aus Alpha-Kanal. Nehmen als Vordergrundfarbe schwarz. Gehen auf Bearbeiten mit Vordergrundfarbe füllen. Nehmen das Bewegen-Werkzeug. Links muss Move the Active Layer oder die aktive Ebene Bewegen ausgewählt sein. Und dann schieben wir diesen ganzen Schatten ein wenig nach unten. Stellen Deckkraft 25% ein. Und das war's schon. Nehmen werden wir den ganzen Schatten. judgementlinik. Okay. Vielen Dank.